Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Eroshiva und das ist Diablo 3. Ja, jetzt läuft wieder alles stabil. Es ist noch der gleiche Tag wie gestern. Also das Video kam ja gestern online, aber eigentlich ist das ja alles der gleiche Tag. Und nachdem jetzt alles wieder stabil ist, haben wir gesagt, ja, dann machen wir halt weiter, ne? Dann spielen wir einfach Diablo weiter, weil jetzt bin ich ja eh schon drin. Also das wäre ja jetzt irgendwie auch doof. Tales of Berseria können wir dann auch wann anders mal spielen. Oder ich spiele es für mich ganz alleine im Winter. Mal gucken. PUBG hätten wir natürlich auch spielen können, aber ich denke, wenn das Internet so ein bisschen schon Probleme macht, ist vielleicht PUBG eh nicht so die beste Wahl. Zeitliche Verwirrtheit, klares Zeichen für Demenz. Ja, ich bin doch schon alt, das haben wir doch schon festgestellt. Oh, Mensch. So. Okay. Also, ich muss immer noch das mit den zwei Errungenschaften machen. Und wie war das plötzlich? Du hast mir irgendwas geschrieben? Nee. Muss ich nachher gucken, das sehe ich jetzt gar nicht. Ähm, also zwei Errungenschaften. Das war doch irgendwie, äh... Hier, oder? Ich hab LOL. Punkt. Ich hab's mir bisher nur einmal ganz kurz angeschaut. Weil ich immer dachte, ich könnte's eigentlich mal im Stream spielen. Habe dann aber, äh... Heroes of the Storm jetzt erst mal gespielt. Das fand ich ganz cool. LOL soll ja schwieriger sein. Dann dachte ich, das ist vielleicht ein bisschen für mich einsteigerfreundlicher und so, ne? Ja, genau. Das, äh... Nee, das hier. Das ist das eine, was ich gemacht hab. Ähm... Töte die unten aufgeführten Bosse auf der Schwierigkeitsstufe Qual 10 oder höher mit einem Charakter auf Maximalstufe innerhalb von 20 Minuten nach dem Starten des Spieß. Oh. Habe ich einen Charakter auf Maximalstufe? Ja, genau. Ich habe auch PUBG. Punkt. Punkt. Nein, PUBG. PUBG ist, äh... Das spiele ich auch wirklich oft. Das, das taugt mir sehr. Ah, stimmt. Da ist ja auch gerade wieder der Testserver, ne? Vielleicht spielen wir nachher zum Abschluss zumindest eine Runde auf dem Testserver. Vielleicht klappt's ja. Ähm... Töte 350 oder mehr Monster auf der Maximalstufe beim Ereignis einer verfluchten Truhe auf der Schwierigkeitsstufe? Das kommt mir sehr viel vor. Wo nehme ich die denn alle her? Wo nehme ich die denn alle her? 350... Bei einem Ereignis. Ich probiere es mal. Ähm... Ist ja schon viel zu böse, dass ich noch hier bin. Geh lernen, Plötze. Los, los. Hopp, hopp. Ich frage dich jetzt auch nicht, wie es bei den anderen Prüfungen lief. Äh, sonst bin ich nämlich schuld, dass... Dass du noch länger bleibst. Hahaha. Ich brauche eine... Oh Gott, ich sehe die Karte nicht, weil das... Das Licht strahlt so in den Bildschirm. Ich bin verwundet. So vielleicht... Das seht ihr, jetzt bin ich gestorben, weil ich doof in der Weltgeschichte rumstand. So, das habt ihr daraus gelernt. Es gibt eine Truhe, bei der du die Monster zusammenbekommst. Das ist echt, es gibt nur eine. Und wo ist die? Spürt meinen Zorn. Dann sag mal an. Die Frage vorhin war übrigens ernst gemeint, habt ihr schon Weihnachtsgeschenke gekauft habt? Ich hab schon welche gekauft. Und auch schon welche gemacht. Ich mach auch immer ganz viel so selber. So DIY-Zeug. Ähm... Die spawnen so alle 10 Games. Und wo ist die? Vielleicht ist das ja das 10. Okay. Los, sag schon, ich bin schuld. Nee, nicht, wenn dir das gefällt. Dann, dann sag ich das nicht. Spinst, jawohl! So. Ja, ich weiß, dass ich da drei Tränke drin hab, weil ich mir noch nicht so sicher bin. Eins ist auf dem Schiff aus Amerika. Nee, Eier bemalen war... Oh. War eigentlich falsch, aber du hättest auch Nikoläuse bemalen können. Ich stell gleich die Lampe besser ein. Moment. Das Problem ist, dass sie gerade zu weit hinten ist. So. Und mir in den Bildschirm leuchtet, was super... Oh! Unvorteilhaft gerade ist. Wie ist denn das? Das ist gut, ne? Das ist gut. Bisschen dunkler. Ah, das ist gut. Das ist gut. Nicht perfekt. Warte mal. Jetzt ist... Oh, jetzt seht ihr mich ja wieder nicht. Warte. Ich hab noch nicht die optimale Position gefunden für die Lampe. Ich glaub, so ist okay. Ja. Jetzt muss ich aber echt älger die Shiva nicht ohne mich. Ich glaub, ich mach heute Abend Nudeln mit Tomatensauce und... Oh nein! Ich wollt grad Parmesan sagen, aber ich hab keinen mehr. Tschüss! Ich schau mal, ob ich auf dem Weg hier irgendwo eine verfluchte Truhe sehe. Eventuell ist ja was... Was für mich dabei. Ja, komm! Aber da stand auf 10, gell? Ich würde fast sagen, das mach ich auch, weil... Ach, das steht da ja nicht. Eine der wenigen, die genug Monster spawnt. Akt 5. Okay, ich schau gleich. Qual 10. Dann mach ich auf Qual 10 auch zurück jetzt eben. Okay. Ähm... Ich mach eben kurz das hier noch fertig. Rache ist süß! Drei Stück. Danke fürs Nachschauen hier. Die hätten rennen sollen, als sie es noch konnten. Noch nicht bereit. So. Du musst zurückkehren. Ah, auf der Map links unten. Jetzt schauen wir mal. Also, Akt 5. Wir haben nämlich damals zu viert immer einzelne Spiele aufgemacht und sind dann dem gejoint, der es hatte. Ah, okay. Das ist natürlich auch eine gute Idee. Geht schneller. Also, Akt 5. Wahrscheinlich Pfade der Versunkenen, oder? Ja. Drowned. Path of the Drowned ist wahrscheinlich Pfade der Versunkenen. Bounty, The Cursed Pete. Ich hab hier komischerweise gar kein Bounty. Aber warte mal. Links unten. Das ist der Punkt ganz unten links in der Ecke. Wenn da kein Bounty ist, neu starten. Ach so! Ah, okay. Ja, wenn jemand Lust hat, das mit mir zu machen, dann seid ihr herzlich willkommen. Anwesend. Und dann muss ich schauen, ob ich das überhaupt schaffe. Das ist ja das Nächste. Kein Bounty. Ach, das schaut ja lustig aus. Was für ein Spaß. Immer noch anwesend. Ja, Black, ich dachte, du willst es probieren, oder wie? Was meinst du mit anwesend? Ich könnte auf meinen Nekro wechseln. Kriegst du das mit dem schneller, oder? Der macht Flächenschaden. Ah! Ach, hilft das, wenn man das zusammen macht? Ist das egal? Muss ich das nicht? Ja, jetzt hab ich's. Ich hab's. Wollt ihr zu mir kommen? Dann können wir es zusammen probieren. Wenn das nämlich geht, dass man das nicht alleine machen muss, dann kommt gerne zu mir jetzt. Damit wir die 350 Monster schaffen für das Bounty. Ja, dann alle rein. Häpp, häpp. Hurra! Ich weiß nicht, wer diese drei Menschen sind, deswegen schmeiß ich die jetzt raus. Spam-Meldung. Nein. Ähm. Meldet euch einfach nochmal, wenn ihr im Chat seid. Kannst du mich einladen? Das bugt schon wieder. Ach, Mai. Was bugt denn bei dir nicht? Aber warte noch. So. Du hast den gleichen Bugtier. Äh, was ist denn da los? Total komisch. Ja, ich seh schon. Ich versinke ein bisschen, gell? Warte mal. So. Mein Ofen backt nicht. Okay, Leute. Kommt zu mir. Kommt zu mir. Hui, kommt hierher. Tia ist schon da. Okay. Dann los. Zeitlich beschränkt sind wir ja nicht, gell? Oder? Bin mir grad nicht sicher. Finsternis erwartet euch. Nur durch die Truhe, die hat einen Counter. Ah, okay. Season. Hoppala. Hoppala. Meinst du? Hätte die Bounty dann... Was passiert jetzt? Wo kommt die Musik her? Hätte die Bounty dann nicht, ähm... Nicht sein dürfen, oder wie? Hier ist die Kiste. Hä? Ach, die war schon aktiv. Ach, die war schon aktiv. Stimmt, die hieß, glaube ich, anders. Hm. Ja, sollen wir nochmal, oder? Nochmal raus. Hm. Fummel ich nochmal kurz mit der Lampe rum. Hohohohoho. So ist, glaube ich, auch in Ordnung, ne? Passt. Ist nicht ganz so krass hell. Ähm... Kann ich wenigstens das noch fertig machen? Kannst du auch machen, Tia. Dann geht's schneller. Ähm... Fünf Falle der Versunkenen. Ich hab schon wieder was. Tötet einmal Stinkrausigen. Schon wieder. Aber das ist die falsche, oder? Ich muss mal ganz kurz das Teelicht anzünden, weil das ausgegangen ist. Hallo, Flinkpuffer. Ein Licht für euch. Advent, Advent. Die Shiva brennt. Nein, erst am Sonntag. Ähm... Ist die falsche? Okay. Das ist halt echt nur der hier, ne? Noch einmal. Ja, das ist nur der Heini hier. Und dann die Gegner killen. Ich wusste gar nicht, dass es verschiedene Bounties gibt. Ähm... Das bin ich. Ich hab's gehört. Muss ein Thron-Event sein. Okay. Dann versuchen wir das mal. Dann versuchen wir das halt, ne? So. Fünf. Und hier. Und ich habe... Säubert die bedrohliche Höhle. Ich glaube, jetzt habe ich's. Ich glaube, jetzt habe ich's. Kommt mal zu mir. Das hört sich richtig an. Was hattest du geschrieben? Irgendwas mit, äh, verflucht oder so, ne? Ähm... Gott, wo hast du das denn geschrieben? Wird hier was Bestimmtes gemacht? Ja. Für die Season 12. Ähm... Ich lade euch jetzt ein. Ich glaube, ihr habt den Bug immer noch gehabt. Cursed Pete. Ja, ja. Truhe, nicht Höhle. Aber das ist doch egal. Also, vielleicht... Ist ja eine Truhe in der Höhle. Vielleicht ist es ja das Richtige. Probieren wir's halt schnell aus. Wenn's falsch ist, dann... Machen wir halt weiter. Aber vielleicht stimmt's ja auch. Äh, genau. Flink. Für, äh, Season 12. Die ganzen Sachen. Werden gerade erledigt. Mal wieder. Wo seid ihr denn? Hä? Bin ich jetzt falsch gegangen? Ah. Ja. Ich muss da hinten lang. Teleportiert euch einfach zu mir. Oder, genau. Fast. Ist nicht das Richtige. Ach so. Ja, dann geht halt wieder. Ein Verbündeter hat meine Gruppe verlassen. Die Gegner werden schwächer. Wie viele Bounties gibt's denn an einem einzigen Ort? Das gibt's doch nicht. Äh, ist nicht das Richtige. Sag ich doch. Okay. Ach, viele verschiedene. Sonst wär's zu langweilig. Ach, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass es verschiedene Arten gibt. Hm. Ist ja cool. Okay, also es muss was mit ner Truhe sein. Da steht nix mit, äh, mit Truhe. Also geh ich nochmal raus. Ich verstehe. Alles klar. Oh Mann. Truhe, 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 Truhe. Was sagt, denke ich, jetzt? Ist immer noch 87. Also irgendwas ist da heute auf jeden Fall nicht in Ordnung. Aber, was mach ich denn? Aber es geht jetzt halbwegs. Oh, jetzt ist da gar nix. Äh, ist das nicht bei irgendeinem Akt unten links mit Moor? Du meinst die Truhe? Du meinst die Truhe? Genau, deswegen machen wir halt neue Spiele, weil es halt irgendwann mal kommt. Äh, so wird die bedrohliche Höhle. Äh, okay. Recursed Pete. Genau, deswegen gehen wir halt immer wieder neu rein. Titi, ihr habt zweimal reingeloggt und haben's. Okay, voll gut. Dann hoffe ich doch mal, dass ich das auch so hinbekomme. Ja, okay. War nix. Düm, düm. Ah. Naja, da kann ich wenigstens mal in Ruhe Tee trinken. Mit euch ein bisschen quatschen. So, aber die bedrohliche Höhle. Ich bekomme halt immer das mit der Höhle irgendwie. Wenn ihr es haben wollt. Wie, wenn wir es haben wollen? Äh. Wir müssen, achso, dass du mitspielst, meinst du? Du kannst gerne auch probieren, beziehungsweise joinen. Ähm, das wäre dann Ausrufezeichen Bitec. Ich hab mir gerade mein Finger am Tisch angehauen. Der Herr des Hügels stürzt den Herrn des Marschhügels. Das gibt's doch nicht. Ach so, es ist bei dir gerade offen, oder wie? So hab ich das jetzt gar nicht, äh, verstanden. Da war ich jetzt nicht so schnell. Okay. Dann, äh, join ich eben zu dir, wenn's bei dir gerade offen ist. Das ist ja cool. Dankeschön. Mensch. Perfekt. Und wie heißt es dann? Das verfluchte Moor. Ah. Stehe im Game und könnte rein joinen. Okay. Ja, cool. Danke. Das ist ein lustiger Zufall. Hahaha. Dann, ähm, lade ich die anderen auch mal schnell ein. Ah, du bist eh schon da und die Tia? Tia. So. Naisa, Naisi, 670, vielen Dank für deinen Follow. Dankeschön. Ich hoffe, ich hab's richtig ausgesprochen. Äh, stimmt, wir sind noch auf T13. Mach mal bitte auf, auf T10 dafür runter. Ich wusste doch, das war irgendwas mit Moor. Ja, stimmt. Das verfluchte Moor. Noch haben wir auf 13. Ah, perfekt. Er macht schon. Der Therapeut. Den brauche ich heute auch, den Therapeuten. Hahaha. Den ganzen Hickhack vorhin. Okay. Tia, du kennst dich aus. Geh ruhig du mal vor, weil, ähm, ich mach sicher irgendwas falsch. Du hast es schon mal gemacht. Du kennst dich aus. Das wird interessant. Ah! Ihr habt mich abgehangen. Ich komm nicht vorbei. Scheiße. Das werdet ihr nicht überleben. Scheiß Gegner hier. Wir könnten es halt echt schaffen. Es ist gut, dass man das nicht alleine hinbekommen muss. Noch nicht bereit. Finsternis erwartet euch. Ich brauche mehr Disziplin. Ich brauche mehr Zeit. Ah, nein. 347. 350 waren es, oder? Hatte ich gebraucht hätte. Ach, ich schaue mal falsch nach. Ja. Drei haben gefehlt. Habt ihr jetzt auch schon geschrieben. Ach, komm. 347. Das gibt's doch nicht. Okay. Danke fürs Helfen. Ich geh wieder weiter schauen. Go, go, go. Schneller, er. Ihr dürft nicht so schnell draufklicken. Ich war halt noch nicht da. Das war bestimmt das Problem. Weil ich noch unten stand, als ihr schon auf die, auf die Kiste geklickt habt. Ich glaub schon, dass das auch ein Problem war. Ich muss da wirklich mit vor der Kiste stehen. Nee, da war ein Gegner, der hat mich mit so einer Wand aufgehalten. Bitte was? Windows Funktionsupdate. Das Update ist bereit und wartet auf ihr. Okay. Jetzt herunterfahren. Nein. In drei Tagen erinnern. Dankeschön. Spinnt der ein bisschen. Na, wenigstens geht er dieses Mal nicht einfach von alleine aus und macht ein Update. Wir haben auch mehrere Versuche gebraucht. Okay. Ich hab die Schuld jetzt bei mir gesucht. Nein, eigentlich bei euch, weil ihr wart schuld, weil ihr nicht auf mich gewartet habt. Aber eigentlich meinte ich eher so, ich hätte halt mal schneller sein müssen. Okay, wir suchen einfach weiter. Aber schön, wie man das formulieren kann, gell? Wie das davon abhängt. Obwohl man vielleicht sogar das gleiche meint, oder... Ja. Ach, schon wieder die blöde, bedrohliche Höhle. Mein Fehler. Ich hab ausgelöst. Siehst du, genauso kann das dann auch ankommen. Ja, Black, du bist schuld. Immer. Wenn der Plätze nicht da ist, bist du schuld. Jetzt kommt der Plätze gleich wieder um die Ecke gelaufen. Hä? Ich hab meinen Namen gehört. Aber der soll ja lernen. First try, no problem, ja. Das stimmt. Das ist nur blöd, wenn das halt nicht so oft da ist und man dann halt immer und immer und immer wieder versuchen muss. Was ich aber auch schön finde, ist, dass ich dann mehr Zeit gerade habe zum Tee trinken und zum Quatschen mit euch. Ist auch gut. Hat alles immer was Positives. Ach. Für mich ist das Glas sowieso immer halb voll. Oh. Na schön. Shame on me. Blame Black. Das hört sich doch schön an. Ähm. So. Tee. Jetzt hab ich da gar kein Bounty mehr. Okay. Okay. Ich hab Pets gefarmt. Also mal so angemerkt. Wegen Teddy und so. Ah. Und hast du einen Teddy bekommen? Schon wieder die bedrohliche Höhle. Was ist denn mit dieser Höhle, dass ich die immer bekomme? Das, was wir gerade brauchen, das kriege ich ja gar nicht, ne? Und diese furchtbare Musik ist da auch immer. Furchtbare Musik. Furchtbar. Ich hab alle Pets bekommen. Oh. Okay, aber du steckst auch so viel Zeit rein. Ich spiel ja tatsächlich nur im Stream. Und sonst, äh, hab ich auch noch ein richtiges Leben manchmal. Äh, ja, doch. Das besteht dann daraus, PUBG zu spielen. 3DS. Switch. Und, ja. Irgendwie alles andere so, was ich... Also auch Spiele, die ich halt dann auch mal für mich spielen will und so. Und natürlich Serien gucken. Das nicht vergessen. Serien gucken ist auch wichtig. Dieses Wochenende hab ich sogar mal richtiges Leben. Dann bin ich nicht mal daheim. Ach, ja. Wir haben auch 10 Stunden gefarmt. Oh Gott. Wahnsinn. Da hast du dann irgendwann die Farmhand, oder? Ja. Jetzt so langsam muss da aber mal was kommen. Oh, Black Huts, Black Huts, Black Huts, Black Huts. Ha, hu, ha, ja. Wieso hab ich das nicht schon früher gesagt? Ich muss einfach nur sagen, jetzt muss es mal kommen und dann passt's, ne? So. Ich habe einen neuen Verbündeten, doch meine Feinde werden sterben. Welche Serien? Ach Gott, alles. Jetzt gerade hab ich mit Supernatural angefangen. Das hat mich nie interessiert. Ähm. Aber irgendwie sind mir grad meine Serien ausgegangen und dachte ich, ach, jetzt schaust du das mal. Jetzt häng ich da voll fest. Ich find das voll gut. Und, äh, ja, Walking Dead und, ja, Game of Thrones schon durch. Also das, was halt dieses Jahr abgeschlossen war von den Guten, die sind eigentlich, die hab ich auch schon durchgeschaut. Ähm. Modern Family. Was gibt's denn noch? Was ich gerade noch schaue? Ich mag's am liebsten halt bei einer Serie dann am Stück hängen zu bleiben. Also jetzt eben gerade Supernatural am meisten zu schauen. Was ich halt auch echt gut find ist, äh, das kennt hier nur niemand. Goldbergs. Richtig gut. Ähm. Young Sheldon hab ich jetzt mal angefangen. Ist so okay. Ich mag die Zeit. Ich mag Serien, die in den 80ern spielen, weil ich die Zeit einfach cool find. genau. Aber so vom Prinzip her alles. Ja. Wir sind alle da. Alle bereit? Ja. noch nicht bereit. Eure Furcht verrät euch. Mein Hass ist nicht ausreichend. Ich weiß nicht, ob wir's schaffen. Noch nicht bereit. Rache ist süß. Nicht genug Hass. Ja! 369. Geil. Danke fürs Helfen. Mensch. Sehr geil. Sehr geil. Sehr geil. Jetzt hat's geklappt. Und jetzt waren wir sogar nur zu dritt und es hat geklappt. Lustig. Seidberg. Das ist, äh, Futurama. Flink, du kannst auch gerne einfach reinkommen. Hashtag, äh, B-Tech. Yay! Ich freu mich. Ich freu mich. Dankeschön. Ich muss zurück. Ah, sehr gut. Ähm. Ich muss mal eben meine Sachen wieder ein bisschen näher holen. Ich hab irgendwie alles grad nach hinten geschoben. Tastatur, Maus. Ähm. Ich hab mich versprochen, ich hab mich nicht, ich hab mich doch gar nicht. Boss-Mode muss extrem koordiniert gemacht werden. Ja, ich hab immer versucht, dahin zu schießen, wo ihr nicht seid, aber irgendwann hab ich gar nichts mehr gesehen. B-Tech, B-Tech. Hä? Ich hab mich versprochen? Aus Ruffezeichen B-Tech. Hab ich das nicht gesagt? Okay, okay, äh, pfff. Dafür hab ich euch. Ja, geil. Neues Reiseziel. Wächter. Ich hab den Porträtrahmen endlich bekommen. Werden sie zum Wächter. Schließt die nötigen Ziele ab, um zum Wächter zu werden. Okay, und was krieg ich dann? Ach, dann erhalte ich erst den Rahmen. Jetzt hab ich das Fach bekommen. Vier-Minuten-Strafe. Beendet ein Nephilim-Portal auf der Maximalstufe innerhalb von vier Minuten auf Qual 13. Ich muss es nicht alleine machen, dann machen wir das zusammen. Ein Nephilim-Portal, also ein kleines. Okay, auf Qual 13 bin ich jetzt eigentlich wieder der Boss hier? Ich glaub schon. Dann kann ich die Schwierigkeitsstufe erhöhen. Du sagtest Hashtag B-Tech. Oh. Hashtag B-Tech. Gut, dass ihr immer aufpasst. Als würdet ihr euch irgendwie betteln. Ich hab wohl nicht die Macht im Moment. Aber ist in Ordnung. Hier hört mir ja zu. Ähm. So. Ein normales Nephilim-Portal innerhalb von vier Minuten. Leute. Hopp, hopp. Sag grad ich. Ich bin immer die Langsamste. Champion. Entfesselt eure Macht. Ich schau mal nebenbei auf die Uhr. Wir haben 17.13 Uhr. Wir haben 17.13 Uhr. Noch nicht bereit. Ich warte immer noch. Scheiße. Wieso gehe ich immer die falschen Wege? Das gibt's doch nicht. Aber es ist noch nicht mal eine Minute rum. Sollten wir eigentlich hinbekommen. Ich warte immer noch. Ich habe zu wenig Disziplin. Eure Furcht verreckt euch. Ich brauche mehr Zeit. Nichts genug ist ja immer noch. Ich warte immer noch. Noch nicht bereit. Rache ist süß. Ich brauche mehr Disziplin. Eine Minute rum. Ich brauche mehr Zeit. Ich lasse jetzt alles liegen. Das ist mir grad so egal. Einfach nur... Das werdet ihr nicht überleben. Schaffen. Noch nicht bereit. Ja geil. Zwei Minuten rum. Ich brauche mehr Zeit. Müssen wir schon jetzt zum Oryg oder was? Keine Ahnung. Vielleicht muss man es in der Zeit auch noch zumachen. Eure Fähigkeiten haben sich verbessert. Ja, dreieinhalb Minuten, sagt er jetzt. Ich bin stärker geworden. Ah, ja. Geil. Danke fürs Helfen. Danke fürs Helfen. Sehr gut. Hätte ich alleine bestimmt nicht hinbekommen. Okay. Wer hätte drei legendäre Hedlsteine auf Stufe 70 auf? Ähm, gut. Dann machen wir das auf. Schließt er Errungen... Nein. Noch eine Errungenschaft. Welche Errungenschaft ist dann noch, ähm, noch einfach? Ich hatte nämlich nicht das Gefühl, dass da jetzt noch was dabei ist, was man echt gut machen kann. Ähm. Errungenschaften, genau. Das haben wir. Das geht doch, oder? Einfach keine. Ja, ja, das habe ich schon. Das 45er Rift. Und das zweite war jetzt das. Und jetzt vielleicht das. Ach so, nein. Dann muss ich ja mit sechs verschiedenen Leuten laufen. Bei Shiba keine. Ach du Schande. Okay, ich glaube, ich werde es nicht ganz schaffen. Nee, Games auf 65 habe ich schon. Das war das Erste, was ich gemacht habe. Warte mal. Was hast du dann gerade gesagt? 45er Rift Solo? Ach, ohne Set? Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Ich habe dafür gar nicht die Klamotten, glaube ich. Aber gut, das könnte ich probieren. Ähm. Ja, ich habe mich gerade... Nee. Ich habe nicht gelesen ohne Set. Ich habe das mit dem Solo auch gemacht, aber für was anderes. Okay. Ähm. Gut. Ah. Du hattest nur sieben Items und der Rest war leer? Echt? Dann muss ich mal schauen, wie ich das machen könnte. Jetzt hauen wir erst mal das Zeug weg. Hm. Ach, Quatsch. Ja. Ah, das andere behalte ich gar nicht. Weiß gar nicht, wieso ich das jetzt wieder mitgenommen habe. Schon wieder. Ähm. Hm. Oh, die brauche ich. Die behalte ich schon. So. Eine Freundschaftsanfrage. Undercover. Wer ist das? Du spielst das Spiel aber auch schon zwei bis drei Tage länger als Schieber. Das glaube ich auch. Wer ist denn undercover? Ähm. Das wird er mir wahrscheinlich nicht sagen, weil er ja undercover ist. Ha, 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 ha. Dann machen wir was anderes. Wir machen die Steine auf 70. Oder nee, wir töten den Skelettkönig in unter 30 Sekunden. Das schaffe ich mit euch. Was machen wir? Wo ist denn der Skelettkönig? Ähm. Da. Hallo, Zorris. Ja, ich, ähm. Da bin ich. Ich bin da. Ah, du bist undercover? Okay. Äh, hä, hä, hä. Komm. Ja, äh, Dings. Links funktionieren nicht. Äh, hä, hä. Es muss ja gar nicht sein, dass er das Spiel schon länger spielt als ich. Ich hab's nämlich zum Release gekauft und direkt gezockt. Aber wahrscheinlich... Ne, doch. Länger. Stimmt schon. Nicht früher, sondern länger. Hast du schon richtig gesagt. Mann. Jetzt dachte ich, ich könnte ein Wortspiel draus machen. Aber ich glaub, ich bin müde. Ich kann eh keine Witze. Wenn ich's versuche, ist es immer nur blöd. Ja, musst du dich bemerkbar machen. Das war auch gut so. Das war auch gut so. Wo ist jetzt eigentlich der Black hin? Der ist einfach weg. Okay. Einfach weggegangen. Oh, hä. Ich verliere Kraft. Genau. In unter 30 Sekunden. Da müssen wir uns jetzt beeilen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Dankeschön. Für die tolle Hilfe. Voll gut. Voll gut. Schäm dich, Black. Einfach verschwinden. Hallo, Mischucke. Ja, ja, ja. Das geht ja gar nicht. Du kannst einfach ins Spiel reinkommen, Flink. Flinky, Flinky. Mhm. Mhm. Okay. Nächstes. Erreicht ein großes Nephilimportal-Solo-Spielstufe 70. Entzielt 40 legendäre Eigenschaften. Okay. Dann machen wir jetzt noch die Stufe 70 Steine. Ich habe auch ganz viel, dass wir rennen können. Da muss ich mindestens acht Stufen drüber, ne? Das bedeutet, meine Steine... Also, sie müssen 70 werden. Dann machen wir 80. Quatsch. Ja, 78. Packst du das, Tia? Das ist die Frage, ne? 80 kann ich nicht laufen. Ähm... Naja, wir können ja erstmal in 75er... Ich schon im Moment. Ja, Undercover, wenn du 80 laufen kannst, dann probieren wir es einfach. Oder wir machen erstmal ein... Was haben denn meine Steine gerade? 65. Ja, machen wir mal ein 75er auf. Komm mal, mit Nekro nicht klar... Echt? Ähm... Neise, wenn du willst, kannst du gerne auch reinkommen. Wenn du... Wenn du 80 auch gut laufen kannst, sehr gerne. Dann kann ich das auch erledigen. Was würde ich echt... Ohne die Community wäre ich irgendwo noch bei... Ich weiß es nicht. Am Anfang. Das hat mir schon extrem geholfen, ja. Auch, ähm... Auch am Spiel zu bleiben. Zorris kann auch helfen. Ja, voll gut. Ja, wer Bock hat, einfach reinkommen. Ja, wer Bock hat, einfach reinkommen. Ja, ich brauche mehr Hass, um das zu tun. Mein Hass ist nicht ausreichend. Das geht sogar relativ gut gerade, gell? Piep, piep, bietig. Haha, on the way. Du, habe ich 102 geboostet, aber das war schon am Limit und... Timer her. Oh, jetzt bin ich voll zurückgefallen, aber das hat mich gerade... Das fand ich gerade so krass. Aber richtig zurückgefallen. Ach, diese scheiß kleinen Wege, hey. Nee, du müsstest eigentlich einfach reinkommen können. Ich warte immer noch. Äh, wer möchte jetzt? Also, ich weiß von... Von Zorris und ich glaube, dass Undercover auch wollte, oder? Wer hat dann zuerst gefragt? Ich glaube, Undercover... Nee, Undercover ist ja schon drin. Hä, war da nicht noch jemand? Ich habe jetzt nicht so drauf geachtet, weil ihr normalerweise einfach selber reinkommen könnt und ich dann annehme. Aber ich will ja auch fair sein, wenn, ähm... Wenn ich euch einladen muss, dass dann auch der reinkommt, der zuerst gefragt hat. Nicht, dass es dann hier Beef gibt im Chat, ne? Oder mit mir. Noch schlimmer. Äh, ich kann nicht mehr sitzen gerade. So, jetzt ist es wieder gemütlich. Ihr seht mich noch, oder? Ja. Ich habe mich mal ein bisschen zurückgelehnt. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Noch nicht bereit. Nicht genug Hass. Vergeltung! Es geht tatsächlich überraschend gut, ne? So für alle jetzt gerade. Ich brauche mehr Zeit. Ich benötige... Äh, jetzt stopp halt nicht am Ende, bitte. So. Mein Name ist Urschel. Mh. Den Nephalem. Nephalem. Ach, komm! Ich verstehe nicht darauf, Edelsteine zu veredeln. 100%. Machen wir erst mal die. So, jetzt sind es halt nur noch 90. Oh, aber es hat geklappt. Sehr gut. So, jetzt müssen wir höher laufen. Okay, ähm, nachdem sich jetzt sonst niemand gemeldet hat, lade ich den, den Soros ein, weil der hat sich gemeldet. Wo ist er denn? Da. Ich kehre in die Stadt zurück. Ähm. Gar nicht wahr. Ihr seid spitze. Das macht der Mönch, der hält uns im Leben. Ah. Deswegen. Ich habe mich schon gewundert, wieso das so gut lief. Ah. Okay. Verstehe. So, jetzt gibt es einmal eine kurze Dehneinheit. Das ist ganz wichtig, wenn man so viel sitzt. Dann muss man sich ab und zu auch mal strecken. Ihr streckt euch jetzt auch. Dehnen wir jetzt alle auf. Hattet ihr auch diese Lehrer? Die dann manchmal einfach gesagt, jetzt stehen wir alle auf. Und dann wird einmal schön gedehnt. Und dann setzen wir uns wieder hin und jeder nimmt noch einen großen Schluck. Geht's in meinem Fall? Deswegen sollte jeder seinen persönlichen Mönch haben. Ähm. Ähm. Ist schon zu? Nochmal, um das klett zu stellen. Ich mach zu. Ich habe neun Verbündeten, doch meine Feinde werden stärker. Ähm. 80 oder was? Ein Verbündeter hat meine Gruppe verlassen, doch die Gegner werden schwächer. Was? Zwei Minuten willst du haben? Skandal. Skandal. Ist dann schon wie so ein Sklave, der arme Mönch irgendwie. Der muss dann einem immer zur Seite stehen und, äh, keiner darf machen, wie er eigentlich will. Darf gar nicht alleine. So ein bisschen wie der Templer, ne? Hahaha. So. Ähm. 80, oder? So muss das. Seid ihr bereit? Dann beginnt. Ich warte immer noch. Boah. Uff, passe. Also ich. Ich. Das wird interessant. Ich sollte nicht zu stürmisch sein. Ach, das ganze Zeug hier unten, das gibt mir alles der Mönch. Ah. Ne, das letzte war meins, aber das andere. Okay. 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 Das ist halt voll das Teamspiel, gell? Und dann kommt das in der Story gar nicht so vor. Da ist man so ganz alleine. Der strahlende Held. In der Story kennen die T13 gar nicht. Kabel. Nicht genug Hass. Huh. Du boostest die Verteidigung. Du bist doch gerade gar nicht da. Ich fühle mich stärker. Wo boostest du jetzt bitte Verteidigung? Im Chat, oder was? Ich brauche mehr Hass, um das zu tun. Der Monk ist abgehauen. An der Cover, Monk. Noch nicht bereit. Nicht genug Hass. Ich brauche mehr Zeit. Hä? Wenn ich da bin. Ah. Mich nervt es so, dass der so langsam läuft. Ich komme halt gar nicht hinterher. Und dann laufe ich auch noch falsch. Und ich benutze die Minimap, ja? Ich benutze sie. Aber ich glaube, ich sollte manchmal auch die große benutzen. Geht sogar. Ich muss mich erholen. Ich bin nun noch geschickter. Ihr merkt schon, da muss ich mich jetzt schon wieder mehr konzentrieren. Da bin ich jetzt wieder ein bisschen ruhiger. Oh. Einfach weil... Shit. Weil das doch nochmal eine andere Schwierigkeitsstufe ist. Und ich möchte ungern drauf gehen. Tillhecken an mir rum. Iiii. Ich brauche mehr Hass, um das zu tun. Ekligen Dämonen. Die kosten einmal ein bisschen undercover. Ich verziehe mich mal eben. Ich versuche es mal so. Von hier hinten, aus der Versenkung. Sehr gut. Vielen Dankeschön. 70! Meine fünf Sekunden auf Fame in dem Rift. Okay. Noch eins. Oh Mann. Das ist ja... Das läuft ja richtig gut. Ich bin nun noch geschickter. Äh... Kadala. Wo ist die Kadala schon wieder? Da. Kadala. Das Schicksal ist euch heute heute. Bis bald. Ich kann nicht mehr tragen. Oh. Muss ich erst noch alles analysieren. Dann lies mal das Buch. Das machen die eigentlich auch echt schnell, gell? Jetzt ist es weg. Was stand da? Du würdest hinterherkommen, wenn du nicht ständig Dizi-Verbraucher-Tasten drücken würdest. Wie wild. Ja, aber die drücke ich ja, damit ich schneller bin. Verstehst du? Sonst bin ich ja noch langsamer. Aber ich glaub dir mal. Und drück einfach mal nix, wenn ich hinterher laufe. Ich hab mir das irgendwie so angewöhnt. Ich hau einfach gell auf die Tastatur. Dann fühl ich mich toll. Hab ich viel zu tun. Bah! Äh, falsches Teil. Jetzt hab ich mich angehauen. Erst den Finger und jetzt... Siehst du? Ich bin hyperaktiv. Ich muss irgendwo dagegen hauen. Tastatur, Hand, völlig egal. Hauptsache ich kann dagegen hauen. Noch eins. Mein Hass ist nicht ausmachend. Ist aber langweilig, wenn man nur so wenig drückt. Da hab ich bei PUBG mehr zu tun. Oh Gott, ja. Da war ich aber auch echt fertig, als ich das gestreamt hab. So ein ganzer Tag. Ich benötige Hilfe. Find ich schon echt anstrengend. Aber ich glaube, das ist eine Übungssache einfach. Bei Diablo hatte ich das am Anfang auch, dass ich total überfordert war. Eigentlich keine Ahnung gehabt, wie man das richtig spielt. Und nur die Story gespielt halt. Und dann halt noch so ein bisschen weiter. Und dann kam halt irgendwie von allen Seiten, was es noch zu tun gibt. Und was man machen kann. Und was man rollt. Und keine Ahnung. Griff, Zwifts, ne? Da war ich doch etwas... Da war es auch irgendwie viel erstmal. Aber da war es halt nicht gleichzeitig viel. Aber das sieht doch so... So ist doch viel cooler. Huh, da fliegt ein Gegner rum. Das war meine Kugel. Habe ich voll viel zuerst gesehen hier. Oh. Aber stimmt schon. Das ist schon besser, wenn ich das gezielter benutze. Das ist ja richtig. Das ist ja richtig. Ich hasse ja diese lila Dinger. Ich habe das bestimmt schon mal erwähnt. Ich mag die echt gar nicht. Ach, da ist ja gar nichts. Ich hab dich. Ich hab dich. Ich hab dich. Ah, das wollte ich nicht. Siehst du, da war wieder mal das alte Schema da. Aber hier kann ich draufdrücken. Das braucht aber noch. So. Die nächsten Steinchen. Ja. Perfekt. Ach, das macht mich glücklich. Yay! Aber genau hat das jetzt hingehauen. Perfekt. Mensch. Geil. Halt dir einfach vor Augen. Null Disziplin ist null Damage. Ähm, wieso? Wenn ich schieße, dann verbrauche ich doch keine Disziplin. Ich bin, glaube ich, immer noch einfach unerfahren. Kann jemand mal diese grünen Knochenpfeile ausmachen? Ich sehe in meinem Alter nicht mehr so gut. Oh. Wie befriedigend. Okay. Gut. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt noch spielen, ob wir jetzt noch weiterspielen. Die Zeit ist auf jeden Fall schon wieder gut rum für YouTube. Deswegen sage ich an der Stelle jetzt einfach schon mal Tschüss. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.